Dieses Wort spricht einfach von dem Respekt, den der Papst gegenüber jeden Menschen hat. Dieses Wort mischt euch ein von Papst Franziskus. Das hat er den Jugendlichen beim Band Jugenddach in Rio gesagt, 2013. Und damit im Grunde ausgedrückt, wenn wir die Welt verändern wollen, wenn wir eine bessere Welt haben wollen, dann können wir nicht einfach nur in unseren Sofas, glaube ich, dieses Wort hat er sogar benutzt, sitzen bleiben, sondern dann müssen wir aufstehen und wir müssen uns einbringen in die verschiedenen Aufgabenfälle in der Gesellschaft. Dieses Wort spricht einfach von dem Respekt, den der Papst gegenüber jedem Menschen hat. Er verurteilt niemanden, er grenzt niemanden aus. Also den Respekt vor jedem Menschen, ich glaube, das ist ein großes Programm, also auch für die Gesellschaft, für die Kirche und für unser Miteinander. Ich glaube, wenn wir uns gegenseitig den Respekt zollen und schenken, dann müssen wir auch niemanden ausgrenzen, dann müssen wir niemanden zusammenschreien, dann müssen wir niemanden heruntermachen, sondern dann bemühen wir uns mit ihm in einem guten Miteinander auszukommen und hinzukommen. Mischt euch ein!